Flächte Frisuren sind nicht nur bei Hochzeitsplanern sehr aktuell. Ich habe eigentlich nur eine Meinung zum Thema Hochzeitsfrisur, und zwar, dass man sich selber bleibt. Authentizität heisst auch, glaube ich, das Zauberwort. Und wenn Sie sonst auch Ihre Haare immer hochgesteckt haben, mit so Löckchen dran, dann machen Sie das unbedingt auch an Ihrem Hochzeitstag. Ich glaube, die letzten paar Hochzeiten, Brüte mit langen Haaren, haben ihre Haare alle hochgetragen und ich habe das sehr, sehr romantisch gefallen. Also, bis bald.